Ich glaube Buster schläft schon wieder. Wo bist du Buster? Sieh mal all die riesigen bunten Bälle und Spielzeuge. Sieht aus wie ein toller Ort für ein Abenteuer. Lasst uns sehen, was Buster finden kann. Wow, sieh dir den Teddy an. Schau wie groß der ist. Er sieht so weich und kuschelig aus. Genau Buster, kuschele ihn. Er sieht so kuschelig aus. Oh nein Buster, was ist das für ein Geräusch? Eine riesige Kralle. Ich glaube Buster ist in einem riesigen Greifautomaten. Buster, pass auf, sie kommt auf dich zu. Los Buster. Oh nein. Puh Buster, es war nur ein schlechter Traum. Sieh, da ist Scout. Es scheint als wäre Buster noch etwas erschrocken. Aber du musst keine Angst haben Buster. Schau Buster, Scout möchte dir etwas zeigen. Was das wohl ist? Oh nein. Ein Greifautomat. Buster sieht verängstigt aus. Scout hat keine Angst davor. Vielleicht macht es ja Spaß. Keine Sorge Buster, Scout ist bei dir. Schau Buster, es ist der Teddy. Versuch doch ihn zu gewinnen. Na los Buster, sei mutig. Du schaffst das. Okay Buster, lass uns den Teddy holen. Immer sagte, so sieht das gut aus. Okay, alles oder nichts. Hast du es bekommen? Was ist das? Das ist nicht der Teddy. Oh, es ist ein kleiner gelber Bus. Das Spielzeug sieht so aus wie du, Buster. Da lachen Scraus und Buster. Buster hat seine Angst vor dem Greifautomaten überwunden. Mmh.